Your favorite station Hier ist Radio D.A.R.C., die Stimme des Deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 Kilohertz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt über die Anlage der ORS in Wien. Wiederholungen erfolgen montags um 17 und 20 Uhr Lokalzeit ebenfalls auf 6070 Kilohertz mit einer Sendeleistung von 10 Kilowatt aus Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen sonntags 15.05 Uhr und montags 16.05 Uhr von Rundfunk Meissner aus Eschwege übernommen und auf UKW im Raum Nordhessen abgestrahlt. Es sind auch mehrere Web-Screens verfügbar. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt des Amateurfunks und der Kurswellen sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe Funk-Amateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Sendung von Radio DARC. Heute hören wir Sendung Nummer 101, veröffentlicht am 12. März 2017. Ich bin Cody Farren und werde Sie wie immer durch die kommende Sendestunde führen.